der nimmt jetzt auf ne hallo ja ok ja na herzlich willkommen bei einer lang ersehnten folge von let's try it mit stäbchen essen habe ich noch nie gemacht in meinem leben erst einmal ja ich habe jetzt hier guck mal ich habe hier waren waren tang suppe dann habe ich hier das werde ich also nur testen dann habe ich hier gebackenes hühnchen mit gebratenen nudeln und dann habe ich hier das habe ich noch nie gegessen ich weiß auch gar nicht wie das aussieht hummer krabben kennt das eine von das mir empfohlen ja okay ich will jetzt ich habe auch so ein löffelchen hier so was ja für das zu essen und was ist denn das ist ach muss das so oder muss ich auseinanderbrechen jetzt das bestimmt ein produktionsfehler oder sowas na warte mal ja das ist ich komme her so dass das schmeckt gut aus ja wie geht das denn au banan so junge ja warum hält hat ihn nicht das kannst du doch gar nicht kommen hier das kannst du doch gar nicht dass ein fehler da darum geht dann auch nicht dass da kommen hier das geht gar nicht da ist mich lücke damit was sind das da flutscht statt nämlich raus wie kann man das wissen was mache so so geht das ne das ist wang tang das ist das so geht das ja gott gut jetzt ist ja was und spargel ding haben das war ich mache das denn immer mit dem finger hier drin oder was da komme ich meine dicken knuschen gar nicht rein das geht das geht das geht also ihr habt gesehen ich kann das so passt auf ich kann das so stück fleisch jungen ja Ja, was ist denn das so groß? So. Gut. Das ist gut. Ja. Und jetzt Nudeln. Nudeln. Huch. Heller verhungert sie doch. Du kannst doch gar nicht essen. Hahaha, warte. Wir machen das anders. Scheiße. Wir machen das anders. Moment, wie die Italiener. Ja, das ist doch mal, ne? Das ist doch mal eine Hausnummer, oder? Das machen wir jetzt so. Hm? 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 So. Ihr wisst, dass ich sowas normalerweise gar nicht esse, ne? So Hummer, Krabben und sowas. Da habe ich irgendwie... Ich mag es nicht. Ich mag es einfach gar nicht. Jetzt muss ich mir mal erzählen, wie willst du mit... Was hängt denn hier zwischen? Wie willst du mit solchen Stäbchen Reis essen? Die Reiskörner sind doch viel zu klein. Da verhungerst du doch, oder? Jetzt herzhaft. Da musst du mit der Jabel rein, mit dem Löffel. Also ich glaube, wenn ich so weiter esse, kann ich bewusst abtüren. Oh, scheiße, hier fliegt alles rum. Mach ich bewusst Diät, oder? Ja, ne? Bleib hier liegen. So, jetzt nehmen wir einen Pilz. Ich will immer die sagen. Och, ich komme doch hier. Da. Hab ein Pilz. Ja. Ne, das kann ich nicht essen, wahr? Ja, was ist das? Sind das Krabben? Ja, ne, hab ich ja bestellt, du Idiot. Da werden die Nudeln schon, die Nudeln wehren sich schon. Ja. Komm her. Ich mach das nur für euch jetzt, ne? Warte, erst mal ne Zucchini. Warte. Erst mal. Ne, Zucchini. So. Jo. Boah, das schüttelt mich schon. Boah. 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 Oh, geknackt ja richtig. Oh, nee, geht nicht los. Nee, das kann ich nicht essen, das geht nicht, das geht echt nicht. Ich krieg dann, nee, das funktioniert nicht, ich krieg da irgendwie so ein, kennt ihr das, so ein Ekel? Das hat so ein bisschen so diese Hummerkrabben oder was das ist. Ich hab so was noch nie gegessen, so eine knorpelige, für mich eine knorpelige Konsistenz, keine Ahnung. Nee, ich kann das nicht. Boah, ich hab aber jetzt gar keinen Hunger mehr. Nee, jetzt hab ich keinen Hunger mehr, leck mich am Arsch. Ich hab schon eben, ich hab den ganzen Tag nix gegessen. Ich hab seit letzter Nacht, wir haben jetzt 18.07 Uhr. Ich hab seit 16 Stunden nichts mehr gegessen, ich hab mich so drauf gefreut. Nee, jetzt hab ich keinen Hunger mehr. Ach, scheiße. Ja, das, ja, das, nee, das, mach ich noch mal. Nee, ausmachen. Ja. Beg Jenner.